Hallo miteinander und willkommen zurück zu Outworld mit Torrent Gant. Es geht weiter, wir werden das Jahr gleich beenden. Ich denke, ja, wir haben eigentlich alles gemacht, was wir machen wollten. Wieder mal ein Video für zwischendurch. Damit die Zeit bis zum nächsten Stream nicht so lang ist. Und ja, wir haben hier ja noch vieles vor. Ich muss ja sagen, dass ich das jetzt auch in Richtung Grand String hier entwickeln, was wir gerade machen, weil die ganzen Plätze dann den nichts belegt sind. Okay, und wie ist das ich gestorben? Das war ja zu erwarten. 20 Jahre üblich für die zwei Ambitionen, die noch da übrig waren. Was denn? Ja, das Ursprung ist gestorben. Neat von Svet ist jetzt der Anführer der Amana-Familie und der Geistliche ist zum Brudismus konvertiert. Das ist ja wenigstens etwas. Der letzte Gefallen? Nein, wir behalten uns den Gefallen weiterhin. So, Tricudia, der Neue, ist jetzt hier mit am Start. Tja, was machen wir hier? Ich weiß nicht, ob wir hier mal vorbauen oder sowas. Eine Grenze vor. Und Steinbruch. Willst du da bauen? Ne, möchten wir nicht. Wir möchten hier eine Mine bauen. Ne, wollen wir auch nicht. Wir wollen straßen. Ich weiß nicht, ob wir hier oben auch noch mal eine Straße bauen. Okay, richtig. Das hier ist ja jetzt auch geschafft. Jetzt können wir sogar noch mal die Fischernetze hier mitnehmen. So, Besenkorn. Wollte nicht zufällig einer von euch haben, oder? Eben, Honig, Weihloch, Lavendel, Bälle. Ne. Na gut. Ja, und du killst jetzt das hier einfach. Das ist, glaube ich, Kalu, der hier am Start ist, ne? Erledigt. Erledigt. So. Meanwhile im hohen Norden. So, du kannst mal hier durch, äh, durchpiksen einmal. Tütisch getroffen. Sehr gut. Äh, ich denke nicht, dass die uns arg gefährlich werden können hier. Okay. Ja, stelle ich mal da hin. Sentry und... Der Elefant kann sich mal hier hinstellen. Und auch gleich noch befördern. Besserer Angriff, klar. Okay, du kommst hier dahinter und du kommst hier auf die Flanke. Ich will behaupten, dass das so passt. Wollen wir noch mal. Kampf 2. Angriff 1. Da gut gegen andere berittende Leute. Ja, warum eigentlich nicht? So, du heilst dich mal. Aber das repariert sich weiter. Hier hinten in Elad. Was machen wir denn hier? Wir haben das Archiv 1 fertiggestellt. Ähm, die Gerichte 1 sind eigentlich auch ganz gut. Festspiele 1 sollten wir hier vielleicht auch mal machen. Ein Tag in der Sonne. Ach, Tanak, er bittet uns um Gnade quasi. Er wird ausgelassen, wenn er aus dem Gefängnis. Er ist zurückgekommen jetzt anscheinend. Wir werden es erlauben. Es ist ja auch eine neue Königin hier. So, jetzt mag er uns auch. Gut. Ambition wählen. Ach, Luxusgüter. Wir haben hier zwei Kushitenreiter. Da hat er sechs Stadthaltebeget. Das kann man vielleicht schaffen. Die Garnison ist, glaube ich, nicht ganz so weit weg. Ich wollte mal, ne? Wir haben zwar Kolonien, aber wir können... Ne, das nicht. Wir brauchen echt diese Blöden-Schiffe, ne? Viele Jahre wird es dauern, bis wir so weit sind. Und da muss man auch irgendwelche Truppen darüber bringen. Ja. Es ist echt ein Problem. Wir müssen halt jetzt auch mal wieder Truppen bauen, um unsere Armiert was aufzustocken. Die sind nämlich eigentlich ziemlich klein. Das gleiche natürlich hier, um diese kleinen Überfälle hier aufzuhalten. Aber für viel mehr eigentlich nicht. Stadt von Babylonien wurde ausgelöscht. Die Babylonier sind nicht mehr. Wow. Wie viele Leute konvertieren zum Boronismus. Na, Syrien, oder? Ja. Meine Güte. Die sind richtig, richtig groß. Tja. Dass wir hier irgendwelche Festungen errichten, ne? Uns vor ihnen zu schützen. So, was machen wir denn mit dir jetzt hier? Ihr Baracken. Oh ja. Die brauchen wir tatsächlich. Oh, das Kolosseum können wir auch bauen. Oh, schnubbel, solide Kultur. Das ist ein Kolosseum. So müssen wir es eigentlich nennen. Aber es wäre gut, wäre es mal noch nicht gut genug. So, du bist fertig hier. Jetzt baust du hier auch noch mal vor. Bis darin. Du bekommst dann noch Schildträger. Schuss gegen Fernkampf. Das hat sich hier immer wieder als ganz gut erwiesen. So, und du bleibst hier auch erst mal stehen. Ähm, du kannst wieder hier hoch. Ich könnte noch mal befördern. Mehr Angriff. Besserer Angriff. Hier haben wir noch keinen Namen. Ähm. Guck mal. Es gab doch auch richtig hier. Die zweite Jaffer-Legion. Die erste. Was ist das, die dritte? Wenn ich sie denn erwischen würde, nochmal. Da sind sie. Jaffer-Legion. Ach, ich habe es als Zahl gemacht. Ist auch schlauer, aber es sind weniger Zeichen, ehrlich gesagt. Hm. Das ist die Jaffer-Legion. Losartig. Also gut. Jetzt hat man uns hier natürlich massiv zugesetzt, ja? Du hast einen Anführer, ne? Das ist wer? Sind's Jartak, tatsächlich. Das ist ja perfekt. So. Verdant. Und jetzt können wir hier direkt weitermachen. Gut. Erfahrung für den guten Jartak. Und für seine Einheit. Sehr schön. Hier. Maus und Amunia. Ja, alle sind immer scharf drauf hier. Kamele-Bogen-Schützen. Ähm. Wären eigentlich ganz geil. Aber auch mehr Schiffe wären ganz geil. Wir brauchen auch die Mauern. Oh Mann. Bau... Es ist alles so furchtbar langsam hier. Bau erst die Mauern. In Abydos. Unserer prächtigen... Nicht Hauptstadt, aber... Naja, religiöse Hauptstadt, könnte man sagen. Was könnte man denn hier als nächstes machen? Vermutlich... Was, ich hab dir da... Ist ja nun ganz... Oder... Oder... Ähm... Sogar die ganzen Festspiele dauern jetzt so ewig. Ja, dann. Das ist... Archive. Die Festspiele. Komm, mach mal die Festspiele. Ja. Du bist hier im... im galischen Wespennest. Oh, wow. Eine Ruine. Religiöse... Hieroglyphen. Okay, wir sind in den Ruine unterwegs. Unsere Erkunde. Oh, scheinen einige jüdische Chiroglyphen gefunden zu haben. Anscheinend wurde das Ganze hier schon vor lange Zeit hinter sich gelassen. Also verlassen ist das Ganze. Hm. Das muss ein Vorgänger des Judentums gewesen sein. Sollten das den jüdischen Leuten gehen? Nein, nein, nein. Wir sind in jedem Fall gegen die Juden, ne? Das muss von einem Vorgänger des Judentums sein. Ah, okay. Bisschen weiser geworden. Naja. Beziehungsweise wir haben das... Das ist gewissen. Wegsensmutig ist es immer. Also politärtechnisch, äh... Auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Okay. Da müssen wir nicht, denn wir könnten... Ja, doch. Ich will eigentlich schon... Jetzt mal hier in die Ägäis reinfahren, um mir das mal anzuschauen, ne? Einfach mal nach dem Rechten gucken. Soll ein Dorf in der Stadt bauen? Ernsthaft? Ist die mal in der Kaserne? Die Dörfer können wir mal woanders bauen, ne? Okay. Hey, die paar Einheiten, die wir haben, die sind zumindest in der Regel ganz gut, äh... Verbessert und trainiert. Kamosa von Memphis ist so ein Bordismus konvertiert. Krieg verlangen. Äh... Okay. Äh... Klar. Wir mögen die Rüber mehr als die Geiler. Äh, Geiler? Die Geiler! Kennst du nicht die Geiler? Die sind richtig geil. Zu geil für uns auf jeden Fall. Deswegen müssen wir sie bekriegen. Okay. Ähm... Du bist eine Kaserne. Ja, du bist eine Kaserne. Dann, äh, rufen wir uns hier mal drauf aus. Da sind wir schon maximal abgegradet. Und du... Kannst auch befördert werden. Mal hier den Pflanzenkenner. Wir haben hier extrem wenige Heiler. Wieder mal. Was nicht so geil ist. So, komm mal hier nach Arbydus zurück. Wir haben ja hier immer noch keine Miliz stehen. Die hätten wir auch ausbilden können. Andererseits... Gibt es auch die Leute hier schon so... Insvinet. Ah ja, guck mal hier, ne? Neh mal den Typ hier mit. Wieso hast du irgendwelche besonderen Güter hier? Die Viehzüchter sind natürlich immer ganz nötig. Nötig. Ansonsten willst du ein Axtkämpfer. Ja, wir machen erst mal das Archiv 2. Oh, der rein. Wir müssen hier abhauen. Wir sind jetzt im Krieg mit den Kalli. Steckt uns hinter den Alpen. Mal hier, mal Delos. Ob das so ein Event ist quasi vielleicht? Wow, guck mal an. Ne, das ist tatsächlich alles... Ne. Doch, wir sind innerhalb der Grenzen. Interessant. Wirst du uns da überhaupt durchlassen? Okay. Jetzt können wir mal unseren großen Plan hier aufbauen. Ja. Also zum einen... Äh... So genau... Willst du dich nicht bewegen? Hier hin? Von mir aus... Ich meine, darüber... Braune Kaserne hier, ne? Wir finden den Schiffsbau. Klingt komisch, ist aber so. Ähm... Wir müssen hier eine Mine bauen. Das könnte man tatsächlich machen. Oder ein Dwarf? Ne, bauen wir eine Mine. Das ist alles schön bergig hier. Dann sollten wir das Haus nutzen. Das dürfte auch in echt einer Krieg werden gegen Kartago. Und ständig an den Küsten. Hä? Hä? Nein! Ey, wie sie viele Schreuder da haben auf einmal, ne? Aber nicht klar, dass die so... Ah! Ähm... Wir müssen hier warten. Und dann nächste Runde versuchen, die durchzustoßen. Ich glaube, sie kommen so nicht an uns zu kurz. Sie könnten uns von hier noch beschießen. Was hat denn da jemanden hinten drauf bekommen? Wir sind hier im Krieg mit der halben Welt. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist jetzt hier. So, du bist soweit. Wir können dich auch befördern. Können wir dich machen. Ist irgendwie bei einer Kaderieinheit gar nicht so schlecht klingt. Wenn du bist... Du kannst diese Sache auch erfüllen. Und du verschanzt dich hier. Und in Memphis. Memphis wäre auch eine Variante. Da könnte man vielleicht ein paar... Ich kann hier eine Bereme bauen. Hm. Schau nicht wegen dem hier, hä? Ja, wir brauchen mal noch mehr Forschung, ne? Mehr Forschung? Oh, die Alpen. Wir haben sie hier entdeckt. Oh, überall diese... Die Gallia. Das sind unsere römischen Freunde. Sie bedrängen. Die Gallia hier. Wieder so lachen, wenn die jetzt drauf aus sind, uns zu töten. Ja, so, da haben sie sich auch wieder verholt hier natürlich, ne? Weil die ganzen Eroberungen der Städte... Nachrichten aus dem Landesarmutserreich. König Satius, das Verlässige von Rum ist tot. Nicht Postumus, der Neue, ist jetzt König. Ansonsten verkehren sich Leute zum Boronismus. Das ist gut. Noch mehr Kasernen? Klar. Das sind ein äußerst militaristisches... Militaristisches Reich natürlich hier. Stammt raus supergut hier in den Bergen, umzingelt von den Bergen. Kann man einiges rausholen. Das ist auch 11,5. Hm. Klar. Okay, so. Und jetzt tatsächlich hier, ne? Diese ganze Farmlandschaft hier wollen wir jetzt noch machen. Das würde richtig schön aussehen. Ob das jetzt so der allereffizienteste... Ne? Aber es ist schon okay. Es wird sehr gut aussehen. Ja, ich denke fast, dass wir dich jetzt hier auch abziehen können. Ah, Straße kannst du hier noch beitragen. Ich könnte dich auch noch mal zur Wache hier verbessern. In Alexandria. Ah, der Pudus Fluss. Okay, den haben sie schon erobert. Das sind ganz schön bedrängt von den Leuten da. Haben wir noch genug Befehle, um rauszukommen? Ja. Äh. Was ist hier gefälligst? Oh, wow. Das sind tatsächlich knallhart zum Überlauf, zum Überlaufen, Dinger. Sie haben sogar schon Byzantion. Ja, das ist leider, leider, das Ende unserer Speers hier im Norden. Aber es ist gut zu wissen, dass man da nicht durch kann. Also schon, aber nicht so, wie ich es erwartet hätte. Die Karte ist schon irgendwie... Weiß ich nicht. Das ist leider ein bisschen arg komprimiert, dadurch, dass dieser ganze herzische Teil noch mit dir mit dabei ist. Cooler, der Steinmetz. Die Leute werden zum Buddhismus konvertiert. Ich glaube, es ist gemeint, Claudia. Homisches Heidentum. Hm. Das ist nun alt genug, um von Vertrauten errichtet zu werden. Das ist natürlich so schlecht nicht. Vertraute. So, warte mal. Klubadrasilin. Die Jüngere. Ja, sicher. Mach das mal. Ach, der... Eigentlich hatte er doch... Ist eigentlich... Haben wir die Karte nicht eigentlich freigelassen? Sind wir jetzt gestorben oder so? Oder ich weiß nicht. Aber dann könnte er... Wäre er doch eigentlich auch noch als Lehrer verfügbar. So, Straße. Und jetzt... Die ziehen wir jetzt dann hier rüber noch. Hier. Zack. Und hier. Dann sind die Bauarbeiten dort drüben fertig. Ja, weißt du was? Du kannst dich hier hinstellen. Dann... Verschalzt dich da und befördert dich. Und du... Kriegst einfach demnächst dann einfach mal so eine blöde Miliz da hinstehen. So wie es eigentlich geplant war von Anfang an. Dasselbe sollten wir hier eigentlich ja auch machen. Hm. Nochmal. Auch wenn es sehr lange dauert. Mit der echten... Doch, wir kommen da schon noch vorbei. Hoffentlich. Nee, das ist echt der Rand der Karte. Aquilaire. Ja, dann müssen wir wohl das Wasser. Und dann hier mal... Die Küste runter. Schlafen brauchen wir hier keine... Ja, genau. Ich baue doch keine Kaserne da. Was ist denn los mit dir? Ja, und ich... Tatsächlich... Also, falls mir das jemand sagen kann, was das Kreativium ist, dass ich Stadtteile dazu bauen kann. Ähm... Ne? Ich bin euch dankbar. Ich mach mal dieses saftige Schwemmland hier überall an. Können wir natürlich hier auch nochmal einen Kornspeicher dazu bauen dann. Können wir das... Das auch noch mitnehmen eventuell. Ja, mal gucken. Noch wenige Jahre, bis die Flotte fertig ist. Die erste Flotte. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie darüber kommen. Menni von Memphis ist gestorben. Ja, zu Carlo. Der ist jetzt krank. Das ist nicht so gut. Aber es gibt ein... Ein, äh... Spiel. Das die Leute gerne spielen. Okay, Zenit. Okay, das Spiel ist... Wo ist das? Okay, es ist auf jeden Fall ein Spiel, was gerne ein Spiel wird. Ja, es ist ein Spiel für alle Leute. Ganz klar, nicht nur für die Aristokraten. Und das L hat hier massiv zugelegt. Kulturell. Ja, das sind mehr Stadtteile. Stadtteile. So. Sag mir doch mal... Wie ich Stadtteile baue. Hm. Ich muss das mal googeln nach dieser Folge. Weil es scheint auch... Die Kriterien scheinen sich auch irgendwie... verändert zu haben. Weil es davor wie bei sehr viel öfter ging als jetzt. Vielleicht muss man dazu auch irgendwas in der Stadt erst errichten. Das könnte natürlich auch sein. So, was wir jetzt machen könnten, ist aus optischen Gründen... Einfach mal... So... Ein bisschen hier entlang der Küste kolonisieren. Bist du noch dran? Du bist noch dran. Damals ist die Straße hier jetzt auch komplett. Mehr wird hier nicht gebaut. Auch hier willst du nochmal Kasernen. Da ist ja momentan noch nichts, also... Tu es. Naja, du willst da das Dorf bauen, aber das ist leider keine Option. So, jetzt werden wir Nahrung im ganz großen Stil hier raus... Hauen können. Glanzenkenner. Ja, okay. Ja, ihr seht, es ist halt alles sehr, sehr nah beieinander. So, wie die Mutter, so die Tochter. Ich weiß nicht, es geht mal in Clodia. Es geht um Berenib. Die haben wir noch nicht benannt, ne? Verbittert. Recht schaffend. Ja, das ist ja das Beste, was wir hätten bekommen können. Sehr schön. Vielleicht schon. Kannst du euch mittlerweile Städte beschwichtigen? Nehmen wir nur ein Münzwesen dafür. Bald. Heißt also die Devise. Wieder einmal. Wie gesagt, es gibt ja so ein paar Texte, die ja sehr... Ja, klein sind die, die vielleicht ein, zwei Züge dauern sollten, nur. Schäkule der Architektin. Ach, das Marsaseum ist fertig. Gleich sagen, die abgeschlossenen Ägypten. Kultur und Forschung. Unerwartete Verbindungen. Ah, wenn man direkt einen Kanad zu den Antworten von Kartago und Rom erhalten durch diese Verbindungen. Können die Beziehung mit Rom verbessern. Ich behaupte nicht. Zumindest ein wenig. Oh, wow. Gefallen an König Ciculia und wir kriegen, es müssen wir sie kriegen, eine ganze Menge. Boah, schon dafür. König Postumus. Könnten beeinflussen. Architektik diplomatisch. Überhaupt nur zufrieden und mindestens freundlich. Frieden mit Spielen habe ich mindestens zufrieden. Okay. Willst du Salz haben? M1 verfügbar. So. Können wir das vielleicht irgendwie demnächst mal machen. Können sie Krieg erklären gegen Asylien? Ja, ja, ja. Ja, ja, nein. Also, das Museum in Alexandria, das Museum von Alexandria, welches die berühmte Bibliothek von Alexandria inbegriff, entstand Anfang des dritten Jahrhunderts vor Christus in der kurz zu vor in Ägypten gegründeten makedonisch-griechischen Stadt Alexandria. Im Museum wirkten zahlreiche berühmte Gelehrte und es bildete sich die alexandrische Schule heraus. Wahrscheinlich war die wesentliche Funktion der Bibliothek die einer Schul- und Forschungsbibliothek des Museums. Soll ich jetzt schon fünf Wünsche aussparen dafür? Okay. Warum auch nicht? Die Bibliothek verfügt über einen für die damaligen Verhältnisse enorm, aber heute unbekannten Bestand an Schriftrollen. Es handelte sich dabei sowohl um literarische Schriften als auch große Mengen an wissenschaftlicher Deklaratur aus den verschiedensten Fachgebieten. Cool. Ja, unsere Legitimität ist massiv dadurch. Hier. Die Wüste schon mal sehr viel schöner gemacht damit, ja. So, wow, hier in Odeon. Wir haben nicht mal einen Odeon hier. Wow. Schon ein bisschen schäbig. So, wir sind jetzt hier damit fertig. Nein, wir werden darüber kein Zeug bauen. Wir gehen jetzt hier weg, ja. Zurück, äh, in andere Gefilde. Ja, wir könnten natürlich auch zumindest kommen. Bauen wir mal diese eine Farm hier, ja. Wir gehen mir das Dickicht einfach. So, hier. Nächste Farm. Du bleibst weiterhin hier stehen, nachdem wir dich verbessert haben. Alexander ist untätig. Okay, wir sind hier soweit fertig. Wir sollten jetzt auch mal kurz die Miliz bauen, ne, damit die Einheit hier raus kann. So. Ja, Enkering, ne? Äh, Enten kommt so von der Befehle, aber... Nö, 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 nö. Das ist die Frage. Ich möchte ja... Kann ich irgendwie befördern, dass ein Anker krasser ist? Was hier geboren? Unwendig. Muss ich halt fragen, ob man mit mehreren... Ankern quasi... Oh, nein. Das ist quasi das Maximum. Jetzt gucken wir mal, ob wir das mit mehreren machen können. Das finde ich super interessant noch. Mal hier ein paar Nonien. Salz hier, guck mal. Und da sind die Griechen. Erbenerziehung. Verherzigen Berenib. Äh, wir werden sie in der Philosophie klären. Gut. Produktion in Memphis. Wir haben hier das Archiv 2. Das geht natürlich super schnell. Ähm... Hier die Festspiele 2 könnte man jetzt hier auch mal mitnehmen, hm? Nicht, dass es uns sehr viel bringt, aber... Ach, ich brauche eigentlich auch genannt nochmal Leute hier, ne? Ein massives Wachstum gönnen hier. Wir könnten natürlich auch, ähm... Mal einen Verbesserten. Ein Meisteroffizier zum Beispiel. Ein Dichterlehrling. Das sind nämlich diese Sachen, die man eben dann verbessern kann hinterher noch. Aber die brauchen ja eigentlich alle auch Spezialisten, das ist Verwaltung. Das heißt, mach doch mal noch das Gericht hier. Wo wir weitermachen. So, und zumindest die Kartografie ist gleich erforscht. Kostum sind wir Rehme. Was haben wir gedacht, das sind in der Verwicht war? Theoretisch. So, jetzt haben wir die... Die guten Schiffe. Hast du denn... Hat nun Frieden mit Rom? Oh, die waren schon im Krieg tatsächlich. Mahias von Svenet ist gestorben. Kaffre von Ammonia ist ein Teil der Amarna-Familie. Unser Ehemann ist krank. Tja, ich finde... Tertabis ist die Jüngste gestorben. Kamoser. Klar. Und ein Tag am Hof. Quartieren ist eine entscheidende Fähigkeit für jeden Jungköniglichen. Um Klubertrasselens Fähigkeiten weiter mit politischen Führern zu verbessern. Ihr Lehrer stellt sie im Hof statt ein. Es ist ein arbeitsreicher Tag mit Reden in Anwesenheit aller. Klassisch mit dem Erben. Herr Tag. Hm. Tja. Betrachten Sie, wie Sie debattieren. So, Benni wird Geschäfte machen. Schalt Karawane frei. Okay. Sehr günstiger kann ich den Bogenschutz im Gerichtshof. Da ist der Markt, die göttliche Herrschaft und das Gesetzesbuch. Machen wir den Gerichtshof als nächstes. So. Und wir können ja jetzt hier die richtig guten, ne? Wir können die auch upgraden direkt, oder? Ein Archiv. Verbessern. Komm mal hier rüber. Ich könnte ja mehr ankern. Weiß ich ja nicht. Größere Ankerreichweite. Oh, ich glaube, die hier ist echt größer. Oh mein Gott. Äh, Leute. Kommt hier rüber. Wir müssen wahrscheinlich gleich eine kleine Invasion starten. Ah, ja. Schlagen wir uns hier durch diese, durch das Grenzland hier. Hm. Das ist sein Ende, leider. Aber er hat uns gut gedient. Das sind auch sonst noch gute Nachrichten offensichtlich. Also schon, der Kunde erfährst du bei den Fortschritt einer deiner Thronfolger. Herzogin Belenib, gelehrter Bildungsanschlag, respektieren sie und die anderen Schüler weiterhin, weitererfeiern. Okay, sie werden aber mit dir. Ja. Wir wissen es, du hast das Bestes. Bestes Ding. Mehr Steine. Das haben wir hier Wunder, die wir noch bauen können. Dazu brauchen wir Sagen irgendwo in der Kultur. Aber leider nirgendwo. Hm. Was sagen die sonstigen Werte? Äh, nein, nicht das hier. So. Eigentlich wäre so ein Hillforder auch nicht schlecht gewesen. Farm. So, und hier machen wir auch direkt weiter. Ha. Sehr schön. Kräne ist mächtig. Und groß. Okay. Ja, wie gesagt, nächste Runde. Lass uns überraschen, ne? Ich weiß nicht, ob wir es noch heute schaffen, in der Folge noch aufzunehmen. Ja, aufzunehmen, bevor wir zum nächsten Stream dann kommen. Nächstes Wochenende. Aber, ich denke, es läuft gut und wir können endlich die Insel besiedeln dann. Jetzt hoffentlich. Also zumindest, es sieht so aus, nach dem Ankern, dass es dann gehen würde auf Südluss. Ob wir, doch wir können wahrscheinlich von hier aus auch darüber, hätten wir zwei neue Städte. Das wäre echt gut. Truppentrüben haben wir genug. Ich freue mich. Lasst ein Leiter, was euch gefallen hat. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Ton.